Hey, I'm getting a tattoo. Mommy, I'm sorry. So, die beiden auf der linken Seite machen. Beides. Ja, beides. Hast du das bei der ersten? Das ist mein erstes gewesen, ja. Ja, geil. Ja, ich bekomme heute mein zweites und drittes Tattoo. Einmal wird es ein gebrochenes Skateboard und einmal ein Baby-Spiderman. Ich wollte eigentlich ursprünglich einen Spiderman, aber irgendwie... Guckst du dir mal an, das ist doch einfach noch süß, oder? Ich bin über zehn Jahre Skateboard gefahren früher. Auf meinem Körper kommen nur Sachen, die mein Leben geprägt haben. Und deshalb ein Skateboard und gebrochen, weil ich ja im Endeffekt aufgehört habe. Meine Bretter sind halt auch gebrochen früher. Und Spiderman halt, weil ich ein geistgestörter Marvel-Fan bin. Und Spiderman war als erster Marvel-Charakter, was ich so wirklich gefolgt habe. Und da kommen noch mehreren. Ein Helm kommt auch noch irgendwann mal, vielleicht ein Motorrad auch noch. Du wirst auf jeden Fall tiefer tätowieren als Sascha, ne? Let's go! Also tätowierst du schon? Ja. Also es piekst halt gerade nur. Ach gut, okay. Okay. Also es fühlt sich eher an wie so ein kleiner Punkt halt. Sticht halt noch ein bisschen, piekst. Aber ich glaube, hier hast du so heftigere Nerven auch, glaube ich, die durchgehen. Aber auf der Seite hat es mich null gejuckt. Aber diese Hälfte hier, nur dieser kleine Teil, der war am schlimmsten. Ja, mal schauen, wie das hier wird. Wenn die Haut schon gereizt ist. Ich finde das crazy, was das für eine Feinarbeit ist. Schau dir das mal an. Diese kleinen, dünnen Striche. Diese ruhige Hand, das ist ja geistgestört. Das ist ja wirklich geistgestört. Ja, okay. Ich merke es hier auch jetzt hier, umso weit du nach innen gehst, umso mehr spiel ich. Ja? Also ich spiel es hier unten gerade mehr als hier oben. Jetzt habe ich es wirklich gespürt gerade. Die zwei. Die ist echt cool. Ist geil, ne? Wow, wow, wow. Wow. Wow, der ist richtig cool. Der ist richtig cool. Ey, Nico, ehrlich. Tausend Dank, Mann. Ich bin... Wow. Geil, Mann. Der hat doch die perfekte Größe, oder? Scheiße, das war erst der Anfang. Ich werde einfach süchtig. Das ist unglaublich. Der ist echt geil, Mann. Ey, sehr geile Arbeit, ehrlich. Und bald irgendwann die Iron Man. Ja, der ist okay. Iron Man Helm, aber nur Kopf halt, ne? Neu. Okay, willst du es zumachen schon, oder willst du es erstmal so lassen? Lass es ein bisschen chillen, dann machen wir mal auf Bild. Okay. 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 Kudelsuppe, die mal auf ganz spontan noch dazu kam. Und hier, Baby Spider-Man. Ich bin sehr zufrieden. Checked up. Nico, komm vorbei. Mami, I'm sorry in Stuttgart. Props an das gesamte Team. Vielen Dank auch an AJ. Kommt safe rum. Dürfte nicht verpassen. Saugeile Arbeit. Saugeil, ehrlich. Geil, Mann, Nico. Dankeschön. Das, was er gesagt hat. Der ist vor der Linse schon ein bisschen schüchtern, gell? Bisschen. Ich will mein Warten. Ich will mein Warten. Ich will mein Warten. Ich will mein Warten. Dacht. Ich will mein Warten. Ich will mein Warten. Ja, ich will mein Warten. Dönig, mein Tochter. Ich wäre in die Linse schon mal nicht vor Stefan. Ich wäre selbstverständlich. Gerichte aus ein paar Ratschen. Ich wäre secodiert. enrollment sucked.